Gold befindet sich derzeit in einer Korrekturphase und viele sagen wieder, dass Stars-Kursziele mehrere Hundert Dollar unter dem aktuellen Niveau hervorrufen wird. Ob das realistisch ist und wie weit Gold noch fallen wird, das schauen wir uns gleich an. Geht sofort los! Hallo liebe Herren Investierten! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video und heute aus aktuellem Anlass. Denn ihr habt mir Kommentare dazu geschrieben auf den YouTube-Videos oder unter den YouTube-Videos besser gesagt. Ihr habt mir E-Mails dazu geschickt und ihr wolltet wissen, was ich von der aktuellen Situation halte bei Gold. Ob die Rallye, die ich ja schon länger ausgerufen habe, jetzt vorbei ist, ob wir eine Korrektur sehen. Es gibt Analysten, es gibt ja auch YouTube-Kanäle, die sagen, der Goldpreis wird in Richtung 1500 Dollar fallen, er wird in Richtung 1300 Dollar fallen. Ich habe auch schon von 1000 Dollar gelesen. Kann das alles realistisch sein? Und ich muss sagen, ich finde das sogar positiv, dass in Anbetracht der Situation, dass der Goldpreis nur wenige Prozentpunkte unterhalb des Allzeithochs notiert, dass viele Angst haben, der Preis könnte deutlich korrigieren, dass gar nicht so diese große Euphorie aufkam, der Goldpreis geht jetzt auf 3000 Dollar, 4000 Dollar, 4800 Dollar haben ja schon Analysten in den Raum geworfen, sondern nein, die meisten haben Angst, dass immer wenn der Goldpreis ein bisschen anzieht, er wieder stark korrigieren könnte. Erinnert mich im Übrigen an ein Video, ich habe das vor sechs Monaten gemacht, ich blende es euch mal ein, ich verlinke es euch unten drunter. Da hatte ich gesagt, Gold, jetzt ist wieder ein guter Einstiegspunkt und ich oder Einstiegszeitpunkt und ich kaufe. Okay, damals war es genauso, der Goldpreis notierte deutlich unterhalb von 1900 Dollar, so um die 1880 Dollar. Und es ging auch darum, ob der Goldpreis jetzt auf 1500 Dollar fällt, auf 1300 Dollar fällt, auf 1000 Dollar fällt. Also damals schon war die Stimmung super negativ, jetzt notieren wir einige hundert Dollar höher und die Stimmung ist genauso negativ unter den meisten wie damals. Ich blende euch mal eine Grafik ein, stand aus meiner Chartplattform TradingView. Und wenn ihr mal nach links guckt, diese grüne Linie, die so nach oben emporragt, das war damals der Veröffentlichungszeitpunkt von dem Video, das ich euch gerade eingeblendet hatte. Und ihr seht, damals hatte ich gesagt, ich kaufe wieder Gold, ich kann für diejenigen, die Gold interessant halten, empfehlen. Zumindest jeder muss es natürlich für sich selbst entscheiden, aber ich kann zumindest sagen, jetzt wäre wieder ein guter Einstiegszeitpunkt, wenn man Gold ins Depot reinholen will. Und was ist passiert? Schaut es euch an. Gold ist seitdem in Dollar um gut 24 Prozent angestiegen, in Euro im Übrigen um 23 Prozent. Also dieser Einstiegszeitpunkt damals, der war goldrichtig, muss man sagen. Der war genau richtig, aber interessanterweise hatten wir damals die gleichen Ängste wie heute, nur ein paar hundert Dollar höher. Und das ist so bei den Aktienmärkten, sagt man so, diese Wand der Beunruhigung, an der die Kurse empor klettern. Bei Gold ist es eh nicht anders. Und genau dieses gegenteilige Investieren, das heißt, wenn eine Korrektur erfolgt ist und wenn die Stimmung mal wieder ins Negative gedreht hat, dann zu kaufen. Ich sage euch, das ist der Erfolgsgarant für den langfristigen Vermögensaufbau. Das habe ich bei Gold getan, das habe ich bei Silber getan, bei Aktien, bei ETFs und auch bei Immobilien. Und immer, wenn Leute skeptisch waren und sich dadurch gute Chancen ergeben haben, habe ich gekauft. Und für diejenigen, die jetzt sagen, das ist gar nicht so eine doofe Idee, Sebastian, die Gold kaufen wollen, aber irgendwie noch ein bisschen unsicher sind, wie das denn mit dem Goldkauf so abläuft, gerade im physischen Bereich, was man kaufen sollte, eher Münzen, eher Barren, ob beim Händler oder sonst wo, blende ich euch mal ein, Link unten drunter. Alle, die bei mir im Report eingetragen sind bis morgen früh, bekommen dieses E-Book, was ich dort erstellt habe, mit sieben Tipps zum Goldkauf, von mir natürlich gratis ausgeliefert. Dieses E-Book ist komplett neu von mir überarbeitet worden, es ist auch neu gelayoutet worden, also holt es euch. Es sind für den einen oder anderen bestimmt ein paar interessante Tipps drin, wo ihr Fehler oder Fallstücke beim Goldkauf vermeiden kann. Also wie gesagt, eintragen in den Report, geht morgen raus. Und für alle, die später dieses Video anschauen, kein Problem, tragt euch trotzdem ein, denn im Archiv wird diese Ausgabe verarchiviert. Verarchiviert, das Wort wird wahrscheinlich gar nicht archiviert natürlich, verankert sein und dann könnt ihr euch das auch später noch downloaden. Aber kommen wir jetzt mal zur aktuellen Situation. Warum viele etwas hasephysig werden und sagen, bei Gold könnte es noch deutlich tiefer gehen. Noch eine Einblendung. Stammt auch wieder von TradingView, zeigt euch jetzt mal nur etwas näher reingegangen, so den Verlauf von Gold über die letzten Tageskürzen. Und ihr seht, Gold hat einen Allzeithoch erreicht zu Anfang April bei 2.240 Dollar oder knapp 2.440 Dollar natürlich im Interday-Handel und ist dann wieder korrigiert in dem Bereich. Aktuell stehen wir so bei 2.315 Dollar. Ihr seht schon, wir haben aber, ich habe es euch mal in grün angezeichnet, eine Unterstützungszone. Die ist so im Bereich der 2.270 bis 2.290 Dollar. Da konnte Gold in den letzten Tagen immer wieder Halt finden. Das heißt, diese psychologisch wichtige Marke von 2.300 Dollar wird immer wieder verteidigt. Da gibt es also Käufe, die da in den Markt reingehen. Wenn es aber drunter gehen sollte, dann ist es nicht sofort, ich sage jetzt mal, ein Garant dafür, dass wir jetzt auf 1.500 Dollar fallen, sondern wir haben dann eine nächste Unterstützungszone. Die ist so im Bereich der 2.150 bis 2.200 Dollar. Das wäre im Übrigen auch ein Bereich, wo ich wieder nach Käufenausschau halten würde. Das heißt, im Moment ist mir Gold etwas zu teuer. Aber ihr wisst ja, die regelmäßigen Zuschauer wissen es, ich bin ja mit 20 Prozent meines investierten Vermögens sowieso im physischen Gold drin. Das heißt, kleine Rücksetzer interessieren mich jetzt nicht mehr so wie früher, wo ich früher nachgekauft hätte. Bei größeren Rücksetzen gehe ich allerdings rein. Das aktuelle Niveau ist allerdings für diejenigen, die sagen, ich bin langfristig in Gold dabei, ich suche mal nach einer Chance. Durchaus attraktiv kann man zumindest überlegen. Für diejenigen, die warten wollen, ich werde ein Video auf jeden Fall noch zu Gold machen, wenn ich eine Nachkaufchance sehe, wenn wir allerdings tiefer oder in tiefere Gefilde vorgedrungen sind. Deswegen gerne ein Abo da lassen. Dann werdet ihr natürlich von mir informiert, wenn es wieder eine Goldchance gibt. Hat ja beim letzten Mal, ihr habt es am Anfang gesehen, nicht so schlecht funktioniert mit 23 Prozent plus in Euro in weniger als sechs Monaten. Aber auch, was sich noch zeigt im Chart, ist interessant. Ihr seht die gelbe Linie. Gold notiert auch weiterhin über dem 50-Tages-Durchschnitt. Das heißt, da ist ein gewisses Momentum dahinter. Also man kann jetzt nicht sagen, Gold ist irgendwie angeschlagen. Im Gegenteil. Also wir haben in diesem Jahr, ich habe es euch mal herausgeholt hier, 15 Prozent in Euro an Zuwachs bei Gold und 12 Prozent in Dollar. Also da kann man schon sagen, okay, jetzt eine gewisse Konsolidierung ist schon mal eine Verschnaufpause, die ich als wichtiger achte, die ich als gute Pause erachte, um einfach Kraft zu sammeln, um dann wieder nach oben ausbrechen zu können. Denn Gold, gehen wir mal weg von der Chart-Technik, beweist nach wie vor eine unglaubliche innere Stärke, die mich als jetzt jemandem, der seit über 20 Jahren in Gold investiert ist und der seitdem fast jeden Tag den Goldpreis auch beobachtet hat oder sich mit Gold irgendwie auseinandergesetzt hat, ist diese innere Stärke, die wir aktuell sehen, von einer unglaublichen Natur. Wir hatten Anfang des Jahres sieben Zinssenkungen im Markt eingepreist. Wir haben jetzt irgendwo noch zwei Zinssenkungen, manche sagen vielleicht nur eine oder sogar null Zinssenkungen, hat den Goldpreis nicht interessiert. Die Zinsen in den USA sind sogar im langen Ende etwas gestiegen, sie verharren, sie sind stabil. Wir haben einen ziemlich hohen realen Zins, das heißt Zins nach Abzug der Inflationsrate in den USA ist deutlich im positiven Bereich. Eine solche Konstellation ist normalerweise Gift für Gold. Ich blende euch noch eine Grafik ein, stammt von Zero Edge und zeige euch mal gegenübergestellt den Goldpreis in Gold natürlich und den Verlauf des Realzinses auf zehnjährige Staatsanleihen in Blau. Und wenn diese blaue Linie nach unten abtaucht, dann heißt das, der Realzins wird positiv. So auch aktuell, wir haben in den USA ein Realzinsniveau von etwa 2,2 bis 2,3 Prozent. Und was ihr wunderbar hier erkennen könnt, auch seit 2007, ist, dass der Goldpreis, also die goldene Linie und die blaue Linie, sehr eng korreliert sind. Das heißt, die haben sich immer wieder so gegenseitig in die eine oder andere Richtung gedrückt. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass der Goldpreis dann performt, wenn der Realzins negativ ist. Und das ist dann der Wert, wenn also die blaue Linie nach oben geht. Dann geht die Realzinskurve in den negativen Bereich. Das heißt, man bekommt nach Abzug der Inflation negativen Realzins. Und das ist auch bei vielen dann die, oder der Moment, wo sie sagen, bei negativer Realverzinnung verliere ich aktiv Geld. Das heißt, die Inflation frisst mein Vermögen auf. Ich sollte doch was tun. Und dann geht der ein oder andere in Gold rein. Was wir aktuell sehen, ist allerdings ein extrem positiver Realzins bei einem extrem starken Goldpreis. Das heißt, der Goldpreis hat sich entkoppelt. Er müsste viel niedriger stehen. Er müsste nach diesem Modell bei um die 1.000 Dollar stehen. Tut er aber nicht. Er notiert knapp unter Allzeithoch. Und warum? Weil es einfach Käufer gibt, die, egal wie der Realzins aktuell ist, auf andere Sachen achten. Und das ist meiner Meinung nach die hohe Verschuldung, die in der Welt gerade grassiert, gerade auch in den USA und vielen anderen Staaten. Und deswegen gehen einfach viele in Gold aktiv hinein und kaufen hier Gold und lassen sich gar nicht mehr beeindrucken vom aktuellen Realzins. Und was auch noch interessanterweise hereinkommt, sind die aktuellen ETF-Bestände. Noch eine Grafik. Die stammt vom Report von Incremento. Und die zeigen hier mal, das seht ihr in Gold, den Verlauf des Goldpreises. Und ihr seht mal unten drunter den Verlauf der Bestände in verschiedenen ETFs. Das heißt, die ETFs, die physisches Gold vom Markt nehmen, für jeden Zufluss an Kapital, die sind aktuell am absteigenden Ast hier. Das heißt, Gold steigt und trotzdem sind die ETF-Bestände gefallen. Normalerweise, das spricht auch für die enorme innere Stärke von Gold, steigt der Goldpreis und die ETF-Bestände ziehen an, weil sie diesen Anstieg mittragen. Auch aktuell nicht der Fall. Gold hat sich auch da entkoppelt und steigt empor. Also haben wir hier einfach Käufer mit sehr tiefen Taschen. Meine Theorie, ich hatte es im Podcast schon gesagt, ist ja, dass China große Bestände hier aufkauft. Andere Südländer oder Zentralbanken des globalen Südens kaufen hier auf. Und das stützt einfach den Goldpreis, dass er frühere Koalitionen, die wir hatten, die früher mal wahr waren und wichtig waren, mittlerweile abgelehnt hat. Und der Goldpreis eine unglaubliche Stärke zeigt und deswegen auch meiner Meinung nach auf den aktuellen Niveaus erstmal konsolidieren sollte. Dann kann eine neue Ausbruchsbewegung starten. Wenn wir ein bisschen tiefer gehen, sehe ich das als eine Nachkaufschance, welche ich hier natürlich auf YouTube bringen. Aber auch dann bin ich weiterhin positiv für Gold gestimmt, weil, wie gesagt, hier eine Käuferschicht in den Markt reingekommen ist, die wir in den letzten Jahren nicht hatten. Und die so viel Geld in Gold reinpumpt, beziehungsweise so viel Gold für so viel Geld aufkauft, dass Gold einfach sich loslösen konnte von früheren Fesseln und jetzt einfach emporsteigt. Also das, was wir aktuell sehen, ist eine Chance. Das ist erst der Beginn einer größeren Goldaufwärtsbewegung und noch lange nicht das Ende. Und jetzt gerne kommentiert, widersprecht mir gerne oder stimmt mir auch gerne zu. Aber ich, ich glaube, ich habe es gut dargelegt, ich bin höchst positiv für den Goldpreis in den nächsten Jahren bestimmt. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr seht mich wieder im nächsten Video und bis dahin.